Viva Anonda, heute war es Köln-Potsdam. Wie war das Spiel? Gut, ich denke. Die erste Halbzeit war gut, eine gute Stellung. In zweier Halbzeit haben wir konzentrierte Arbeit in drei Toren gemacht. Jetzt sind wir in der Winterpause. Wie ist die erste Halbzeit in der Bundesliga gelaufen für Potsdam? Ich denke, es ist ganz schwer. Hier werden wir in den nächsten Jahren in der Bundesliga gelaufen. Wir wollen mehr Arbeit. Was ist das Ziel mit Potsdam? Jetzt die Pokalfinale zu holen oder auch noch Meister zu werden? Ja, wenn wir in der vierten Finale gewinnen haben, wir warten jetzt für die Halbfinale. Egal wer, wir mussten alles gewinnen. Zurückkommen nach Köln dann für die Finale? Ja, natürlich. Dann, nächste Jahre gibt es Weltmeisterschaft in Kanada. Sie waren eine der Revelationen in 2011 in Deutschland hier. Wie ist das, um jetzt nicht dabei zu sein? Ich denke, der gute Mannschaft spielt WM. Jetzt ist Deutschland ein Favorit für die WM. Ja, alle Mannschaft in WM arbeitet für gewinnen. Ja, es ist gar nicht schwer. Und für Sie, was ist missgelaufen mit Equatorial Guinea? Wir haben verlogen in der Qualifikation gegen Côte d'Ivoire. Der Côte d'Ivoire ist qualifiziert für die WM. Wir gucken. Ja, es ist ein guter Mannschaft. Ja, es ist eine gute Spielerin auch. Ja, es ist immer so. Ja, es ist immer so. Es ist immer so. Es ist immer so. Ich gewinne heute und morgen verlogen. Die Elfenbeinkuste spielt gegen Deutschland in Kanada. Können Sie, dass Deutschland schlägt oder nicht? Ja, es ist ganz schwer. Deutschland ist eine sehr gute Mannschaft. Eine sehr gute Spielerin. Es ist ganz schwer für die Afrika-Mannschaft. Und Nigeria? Können Sie überraschen in Kanada, oder? Vielleicht, ja. Die WM ist ganz schwer für die Mannschaft. Jeder Mannschaft arbeitet und gewinnt jeden Spieler. Das ist ganz schwer. Aber wir wollen egal wer gewinnen. Es ist immer gut für die WM. Und dann für Sie persönlich. Was ist noch das Ziel in Frauenfußball? Sie haben schon Weltmeister gespielt, Bundesliga, Champions League. Sie bleiben noch lange in Potsdam, dann? Ich muss mehr denken. Ich weiß nicht. Was ist die Wünsche für 2015? 2015 ist es nach Weihnachten. Ich komme zurück zur Arbeit. Ja, das letzte Mal. Bis zum Sommer. Ja, wir gucken. Danke schön. Viel Spaß. Viel Glück. Danke. Danke. Danke.